Hallo Leute, ich wollte euch nur kurz sagen, ich wurde getaggt und dieser Tag, der kommt auf der Flowreel. Den Link zu dem Video seht ihr in der Beschreibung und wenn ihr jetzt irgendwie hier auf dieses Video, im Video, irgendwie auf die Fläche klickt, ich verlinke das da irgendwo. Okay, dann sehen wir uns später und das kommt um 16 Uhr und heute eben wie gewohnt normal das Video um 15 Uhr auf TeamCamerHD. Bis dann! Bis dann!